Hallo und willkommen zurück zu Jack 3. Nach dem letzten leicht frustrierenden Part bei dem Schießstand haben wir eine neue Waffe bekommen. Und ja, wir nehmen uns jetzt die nächste Mission vor. Apropos. Ja, ja, die neuen Geheimnisse haben wir auch schon direkt gekauft. Gucken wir mal auf der Karte, ob daneben Missionen wieder neu erschienen sind. Nö, wir haben jetzt einmal hier wieder das Trinkglas, wenn man so will, also das Säckglas. Und hier hinten eine Mission. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hinten links zu dem roten Baum. Oder? Noch ein bisschen unentschlossen. Oder wo ist das hier vorne? Erstmal die nächste Mission. Moment mal. War da oben noch? Achso, war nur eine Lampe. Ich dachte, ich hätte da eventuell noch einen Precursor-Stein liegen lassen. Äh... Natürlich fahre ich genau in die falsche Richtung. Na, wir können auch hier zum Otzel, äh, rein. Oh, wir fahren hier mal durch. Dann nehmen wir aber das Fahrzeug. Ich habe mir keine Lust, äh, mich hier durchschlagen zu müssen. Achso. Achso. Schlag oder trete auf die Nase, um die zu aktivieren. Ah. 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 Man muss sich aber erstmal zurechtfinden. Achso. 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 Was sagen, muss ich jetzt hier bei jedem Ah, anscheinend Noch vier Statuen Ah, da vorne Ist ja alles auf den Zinken Okay Ah, da vorne Oh, nein, das war knapp Ich hab ein bisschen doof hängen geblieben Nein Ach, Mist Ich hoffe mal nicht, dass wir wieder alle machen müssen, sondern nur den einen Okay Nach jedem ist quasi ein Checkpoint Das ist gut Die Tasse hatte ich eben gesucht Kamera, ich seh nix Mist Äh, naja Kann ja nie immer klappen Ah, meine Skateboard-Skills sind nicht unbedingt die besten Unschöner ist das für mich, dass ich die ganze Zeit hier mit dem Board rumfahren muss Ah, nein Das war so, das Licht war jetzt gerade nur nach links und nach rechts gegangen und wusste jetzt nicht wohin Äh, Mist Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mist Okay, off the noise Ja, es hat ja jetzt wunderbar geklappt mit dem Grind Ich glaube ich auch noch aufpassen, dass ich nicht zu schnell bin Oh, tut hoch Klapp Nein Ich habe die Kurve nicht gekriegt, also da an der Stelle steige ich am besten vom Board ab Ich habe die Kurve nicht gekriegt, also da an der Stelle steige ich am besten Ich habe die Kurve nicht gekriegt, also da an der Stelle steige ich an Ich habe die Kurve nicht gekriegt, also da an der Stelle steige ich an Mist, das war dumm Das war einfach nur ein dummer Fehler Das ist garantiert die letzte Hürde gewesen Oh, nochmal so gerettet Ich habe die Kurve nicht gekriegt, aber das war einfach, das war persist Noch zwei Vielleicht ein etwas längerer Part Da ich mir nicht sicher bin Ob man das hier abbrechen kann Ohne dass man alles neu machen muss Letzte Sekunde Ah, noch ein noch Ah, da hinten Na ja klar, natürlich ganz am anderen Ende Ah, oh Gott Wo muss ich denn hin? Das war jetzt gerade doof Ich habe überhaupt nicht gesehen, wo dieser Ring war Er ist nicht gesprungen Mann Ach Mist Ich habe die Bretter nicht gesehen in der Dunkelheit Ah Haha Tolle Wurst Ach Da hätte man es fast geschafft Ich weiß nicht, beim letzten sind das so extreme Boosh-Sprünge Und dann geht's das so Und dann geht's das so Geschafft Gespeichert hat er Falsche Taste Gehe zum Astroskop, Zeitkrieger Siehe die Saat unserer Zerstörung Was, was? Lass mich mal, lass mich mal! Ist sie heiß? Wir Precursor erschufen viele Welten dem Universum und machten sie mit Echo zu etwas Gutem Doch wir waren naiv Auch die dunklen Schöpfer waren als Precursor Doch das dunkle Ego veränderte sie Sie begannen die Welten zu zerstören, das Leben zu vernichten und dunkle Zeiten brachen an Nun haben die dunklen Schöpfer auch deine Welt entdeckt und wollen sie erobern Konnt ihr mir glatt den Tag vermiesen? Das ist ne verdammt große Geschichte Es gibt nur noch eine Hoffnung Tief im Herzen des Planeten verborgen gibt es ein Schutzsystem Du kannst deine Welt immer noch retten Ich hoffe nur, du hast mehr Erfolg als die vielen Planeten, deren Schicksal bereits besiegelt wurde Jo Verstanden! Wie ich befürchtet hatte Wir müssen in diese Katakomben bevor das Schiff den Planeten erreicht Ja Dann würde ich sagen dass wir wahrscheinlich durch sind denn das hat garantiert ziemlich lange gedauert obwohl Oh, geht sogar noch also wir haben jetzt gerade mal 20 Minuten doch schneller geschafft als ich dachte Das heißt auf jeden Fall wir werden jetzt hier das Gebiet verlassen Ich weiß jetzt gerade nicht ob hier der Ausgang war oder ob ich mich hier wieder vertue ne ich vertue mich Also wir brauchen sowieso die restliche Zeit bis zur Stadt in meinem Orientierungssinn Ich hoffe mal dass wir ein Fahrzeug hier haben Das wird auch für mich jetzt lustig den Weg hier zurück zu kommen Ich leg sie weg hier Ja Hier sind wir richtig So Guck mal auf Karte Wir fahren genau in die falsche Richtung So Jo Da es sich nicht mehr lohnt noch eine Mission zu starten werden wir hier an dieser Stelle erst mal Feierabend machen Auf jeden Fall sehr interessant wie es bis jetzt weiter gegangen ist und ja ich kann ja mal gucken was überhaupt der Stand der Dinge ist Wir sind mittlerweile bei 70% also wir haben richtig gut was geschafft heute Wir waren vorher bei 62% Jo Guti dann würde ich sagen mach mal Feierabend und sehen uns beim nächsten Mal wenn es dann wieder heißt Let's Play Jack 3 Bis dann